Musik So, hallo ihr Lieben, danke, dass du da bist, Woche Nummer 28, jetzt ist Mittwoch, ich habe den Vormittag im Titanic Chaussée verbracht, ja, viele Gespräche, viele Termine, Planung, denn wie gesagt, in anderthalb Wochen ist der Halbmarathon, das heißt nicht nur, dass ich laufe, sondern auch im Hotel, bei uns in der Chaussée, wo wir ja Hotelpartner sind und einer der Sponsoren sind und so weiter, da ist noch viel, viel zu organisieren, viel zu besprechen, wie machen wir es den Profiathleten und den Hobbyläufern, die bei uns wohnen, am einfachsten, am schönsten, tolles Erlebnis, was Frühstücken angeht, wann machen wir das Frühstück, was gibt es zum Frühstück, wie binden wir die anderen Sponsoren ein und so weiter und so fort, also viel zu tun, bewirkt, aber bei mir steigt die Vorfreude auf den Halbmarathon jetzt, ich freue mich riesig drauf, total, darum soll es auch in dem Video gehen, in dieser Woche, nämlich um das Thema Ausrüstung tatsächlich, also Schuhe ist klar, Fragezeichen löst sich bei mir gerade auf, aber was ziehe ich an, laufe ich mit einer Laufweste und so weiter und so fort, ich bin ja lange kein Wettkampf mehr gelaufen, von daher bin ich da so ein bisschen raus und würde gleich hier jetzt sofort die Frage der Woche stellen, nämlich Wettkampf, 5er, 10er, Halbmarathon, Marathon, Ultra, was auch immer, was zieht hier eigentlich an, laufe ich mit Laufweste, wegen der Kamera, macht das vielleicht Sinn, aber vielleicht, weiß ich nicht, will ich das auch gar nicht, weil es zu unbequem ist, so viele Getränke brauche ich nicht, Gels, wie viel Gels nehme ich mit, ziehe ich eine lange Hose an, ziehe ich eine kurze Hose an, ziehe ich so eine Wettkampf, wie heißt das, so eine Sprinterhose an, keine Ahnung, ich weiß, dass viele von euch das gleiche fragen, weil die Fragen an mich gestellt wurden, deshalb gebe ich die Frage weiter, Frage der Woche, was zieht ihr an zum Wettkampf, einfach nur das, was euch am liebsten ist, eure Lieblingsklamotten oder guckt ihr nach dem Wetter oder was auch immer, also was zieht ihr an, was ist eure Ausrüstung, was ist euch da am wichtigsten, hier ist gerade wieder ein Paket gekommen, ich bekomme die Tage noch so ein paar Sachen, ich habe mir hier bei Ausdauerleistung noch so ein bisschen was bestellt, zeige ich gleich, passt auch zum Thema Ausrüstung, ich habe mir noch eine Laufhose bestellt, mehr glaube ich nicht oder eine Sache war noch, ich weiß es gar nicht mehr, doch, noch ein Shirt, um Gottes Willen, aber eher für wärmere Tage, darf meine Frau gar nicht sehen, das Video, danke, dass du dabei bist, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, du weißt Bescheid hier unten drücken, drei Läufe stehen die Woche nur an, wahrscheinlich, vielleicht kriege ich noch einen vierten rein, zeitlich bin ich da ein bisschen begrenzt, denn am Wochenende haben wir gestern Abend erfahren, würde Lilly bei den Berliner Meisterschaften im Basketball spielen dürfen, in ihrem Verein, obwohl sie gerade erst angefangen hat, stolzer Papa, da kommt alles ein bisschen durcheinander, ich wollte zum Trail-Testival gehen hier in Berlin, werde ich nicht schaffen, weil Lilly da spielt fürchtig, muss ich mal gucken, der längste Lauf, ja Samstag eigentlich eingeplant, so um die zehn Kilometer, Sonntag nochmal einen kürzeren, heute 13 mal eine Minute on-off, ja, ist warm, 14, 15, 16 Grad, freue ich mich nachher, muss aber jetzt noch ein bisschen arbeiten, das ist der Plan für heute, ansonsten, gestern konnte ich mich nicht laufen, gestern war für mich ein quasi nicht so schöner Tag, denn es gibt zwei Dinge, vor denen ich wirklich Angst habe, Höhenangst und Zahnarzt, und gestern musste ich leider zum Zahnarzt, weil hier unten hat es gepochert und ich wollte auf jeden Fall vor dem Halbmarathon nicht mit Schmerzen durch die Gegend rennen, ich möchte auch nicht mit Schmerzmitteln dann irgendwie durch die Gegend rennen, von daher musste ich gestern in den sauren Apfel beißen, Wurzelbehandlung, gestern gleich sofort Teil 1 Wurzelbehandlung, Freitag und nächste Woche geht es dann weiter, dass ich dann hoffentlich durch bin, weil ich ganz mutig Zahnarzt ist hier bei mir um die Ecke, das hat geholfen, dass ich nicht so viel nachdenken konnte, also auf eine gute, gesunde Woche, ich freue mich riesig, wie gesagt, Halbmarathon steht um die Ecke, kann es kaum erwarten, Happy Mittwoch, ihr Lieben! Schmeckt besser als das Gel. Ganz schön leer geworden, dieses Schulregal, auf einmal findet man sofort den Schuh, den man drauf hat, völlig bizarr, da waren mal 27 Paar drin, jetzt nicht mehr, habt ihr gesehen, vielleicht im letzten Video. So, bin ich am Olympischen Platz, für mich hier ideal, nicht so wirklich spektakulär, im Kreis hier immer zu rennen, aber logistisch, die beste Lösung, in der kurzen Mittagspause, dass ich ganz schön trubel, denn hier fahren tausende von Fahrschulen, Lkw-Fahrschulen und so weiter, also muss ich ein bisschen aufpassen. So, los geht's, Intervall Nummer 1, nicht zu übertreiben. Noch drei Stück, macht Spaß, macht total Spaß, hier geht's immer runter und ein bisschen Rückenwind, andere Seite berghoch und logischerweise Gegenwind. Aber ich finde, das macht Spaß, man achtet auf die Form aufrechter Körper, darum soll's gehen, Beine, Turnover, sagt man glaube ich, Kadenzen ein bisschen höher zu bekommen, den Puls einen Tick höher zu bekommen, einfach mal andere reinzusetzen. Das ist der Sinn, warum ich das mache, auch für den Kopfgut, nicht immer nur öde, langsam durch die Gegend zu rennen. So, der letzte, geht schnell vorbei, so ne Einheit, das ist auch gut. Und nach unten runter, schlau geplant. Eine Minute Erholung, dann trabe ich nach Hause, duschen, weiter arbeiten. Happy Mittwoch. Ist es bei dir? Wie oft bist du so aktiv? Also ich hab zwei fixe Termine die Woche. Guten Morgen, es ist Donnerstag, es ist kurz nach acht. Ich fang gleich an zu arbeiten, erstmal ein Bulletproof Coffee, den habe ich mir jetzt gemacht, statt Frühstück. Das wird also meine Energiequelle heute Morgen erstmal, wo ich keine Kohlenhydrate essen. Und das ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil ich war vor einer Viertelstunde ungefähr auf der Waage. Und siehe da, ich blende es hier mal ein, das ist passiert. Ich bin jetzt bei ziemlich genau zehn Kilo, die ich abgenommen habe. Freue ich mich riesig. Vielleicht sehe ich mal seit, keine Ahnung, zehn Jahren, 15 Jahren, mal wieder eine Acht vorne. Zu viel will ich aber auch nicht, sonst passen die Anzüge wieder nicht und die Hemden wieder nicht, aber dann in die andere Richtung. Ansonsten versuche ich in der Mittagspause eine Runde zu laufen. Im Moment schüttet es hier wieder in Berlin. Aber da habe ich ja noch ein paar Stunden Zeit. Vielleicht hat sich das dann geändert. Jetzt erstmal mein Bulletproof Coffee. Happy Donnerstag. Der Tag geht richtig gut los. So, kleines Essen. Vegane Pancakes sind es. Warum auch immer. Essen und dann gehe ich so um eins in der Mittagspause laufen, also in anderthalb Stunden ungefähr. Dazu gibt es Apfelsaftschorle mit ein bisschen Kollagenpulver. Ich bin dran. Aber da sind dann nicht so, ich bin dran. Dann gehen Sie mal unter. Dan gehen Sie mal voll. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. So, kurzer Lauf, alles gut, happy Donnerstag, weiter arbeiten. So, kurzer Lauf, alles gut, happy Donnerstag, happy Donnerstag, happy Donnerstag, happy Donnerstag Moin, ihr Lieben, es ist Freitag, 18 Uhr, ich bin hier in Berlin-Weißensee auf der Collective. Hier, ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt, den Niklas Bock, dem als Push-in-Limits jetzt ist der Triathlon-Studio, der hat heute Abend hier einen Triathlon-Studio-Talk, seinen ersten und im Rahmen einer Radmesse, ich habe ja keine Ahnung von Fahrrädern, aber ich bin mit meinem Freund Nico hier und die hat schon abgefahrene, teure Sachen, muss ich sagen. Ich freue mich total auf diesen Talk mit dem Niklas, bin total gespannt. Filih Kenzschel ist dabei, Triathlon-Profi und noch irgendwie zwei aus Zwiesen, die im Podcast haben, keine Ahnung. Schauen wir uns mal zusammen um, was es hier gibt, wenn wir, doch, ich habe schon was gekauft, Kaffee habe ich gekauft. Und drei Koffi. Viel mit Kaffee. Guten Morgen! Ich wünsche euch einen fröhlichen Samstag, es ist 9 Uhr und ich bin auf dem Weg zum Grunewaldturm, denn da laufe ich jetzt eine Runde, aber eine kleine, aber B ist da heute auch das Berlin Trail Festival, so nennt sich das, glaube ich. Da sind so ein paar Marken, ich weiß gar nicht, wer da alles so rumspürt, kann man ein bisschen testen, das werde ich nicht machen, aber ich will ein bisschen gucken, mal gucken, wen ich da sehe, ich glaube der Markus ist auf dem Weg dahin auch, einfach ein bisschen gucken, ich finde es sowieso toll, wenn jemand sich so engagiert und sowas auf die Beine stellt hier in Berlin. Heute, wie gesagt, Läufchen, dann Lilly Basketball. Die spielt heute um die Berliner Meisterschaft, Tag Nummer 1, das ist das Entscheidende am Wochenende, da ordnet sich dann der Rest unter, auch jetzt mein Lauf deshalb so früh, damit ich jetzt laufen kann, dann schnell nochmal gucken kann, wie gesagt, bei dem Trail Festival. Also, happy Samstag, ihr Lieben. So, angekommen und gleich so viele nette Leute getroffen, das ist herrlich. Ich weiß auch nicht, wo ich langlaufe, ich habe überhaupt keinen Plan. So, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, denn aus dem Nichts heraus, habe ich wieder Probleme mit der rechten Wade. Ich weiß nicht, wer vielleicht länger dabei ist, erinnert sich, damals, letztes Jahr im Kroatienurlaub, da ging das los, man hat mich dann den Marathon gekostet und einfach so, ich laufe und dann merke ich es in der Kniekehle Wade, so irgendwie so, der Übergang fängt an zu ziehen. Das hat damals ewig gedauert. Da hat mir der Christian geholfen, dem habe ich auch gerade, also meinen Osteopath, dem habe ich auch gerade eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, ob wir uns vielleicht schleunigst sehen können. Bitte nicht, echt. Bitte, bitte nicht. Ich gehe jetzt zurück zum Trail-Festival und dann zum Basketball mit Lilly. Ich könnte gerade, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich war jetzt wirklich vorsichtig, ich habe nichts übertrieben. Ich verstehe es nicht, echt. Ich verstehe es nicht, echt. So, ich bin wieder zuhause, kleines Update, Lady hat ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren, morgen geht es weiter, Trail-Testival, sensationell, also richtig, richtig toll, ich habe so viele nette, tolle Menschen wieder getroffen, die Anja, die Toni, die Markus natürlich, Robby, Svenny, Dirk, Andreas, so viele Leute, so ein tolles Engagement, ehrlich, bewundernswert, diese Trail- oder Lauf-Community ist schon grandios. Ja, apropos grandios, ich habe gerade mit Chris gesprochen, mit meinem Osteopathen, und tatsächlich dachte, hey, komm, morgen früh, Sonntag, 9 Uhr, ab in die Praxis, ich gucke mir das an, er behandelt mich morgen früh, bin ich unsagbar dankbar. Ich bin ganz schön doll frustriert, sage ich ganz ehrlich, weil ich denke eigentlich, ich habe schlau trainiert, das war gar nichts die ganze Zeit, alles gut, ich habe es nicht übertrieben, vom Kopf her, ich habe gar keinen Druck, völlig entspannt bin ich da rangegangen an den Halbmarathon und dann passiert das aus dem Nichts. Also, ja, ich verstehe es einfach nicht, aber es ist, wie es ist, ich hoffe auf Chris, ich versuche, ruhig zu bleiben. Carsten hier, mein lieber Freund, hat geschrieben, positiv denken, das hilft auch, das versuche ich auch. Drückt mir die Daumen, ich drücke mir die Daumen, happy Samstag, bis morgen. Guten Morgen, es ist Sonntag, es ist Sonntagfrüh, 8.20, 8.30, Sommerzeit, also eigentlich erst 7.20. Und was macht man Sonntagfrüh? Man geht zum Osteopathen. Ja, Chris macht seine Praxis extra auf für mich heute, wir treffen uns da am Neuen, unfassbar. Und dann schauen wir mal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte echt der untere Rücken sein, aber mal gucken. Dann geht es wieder zum Basketball und dann irgendwie, darum sollte es ja eigentlich gehen in dem Video, geht es um das Thema Ausrüstung zum Halbmarathon. Also, dranbleiben, happy Sonntag, hoffentlich. Sonntagfrüh. Mein, 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 Sonntagfrüh, das muss man auch jetzt mal sagen, es ist nicht selbstverständlich, so etwas zu machen. Chris hatte gestern schon eine Idee, Rücken könnte sein, hast du gesagt, irgend sowas? Könnte, unter Rücken würde ich sagen, könnte es eventuell sein. Und ich merke schon, wenn man aufstehen soll. Könnte aber auch. Rücken, ich merke es ganz dolle im Rücken. Also, schauen wir mal. Geht los. Der Boden ist wohl, finde ich dann. Bis gleich. So, es ist 11.26 Uhr. Wahnsinn, der Chris hat jetzt da zwei und ein bisschen Stunden mich da behandelt. Sensationell. Also, ganz kurz. Es scheint tatsächlich das Becken gewesen zu sein. Denn das Becken war wieder verdreht, damit das rechte Bein war länger. Ja, das wird wahrscheinlich die Hauptursache sein. Die Wade war sehr hart auch. Hatte auch ein bisschen gelockert. Ich habe auch tatsächlich vorher, nachher so einen kleinen Probelauf gemacht. Der Lauf vor der Behandlung, also nur wirklich 30 Meter hin und zurück auf dem Gehweg. Da habe ich es gemerkt. Jetzt nach der Behandlung habe ich es nicht mehr gemerkt. Hat auch noch ganz viele andere gemacht. Kiefer und Muskulaturatlas und überall. Wie der Chris, wenn du das siehst, tausend, tausend Dank, bin ich unendlich dankbar. Ja, morgen Montag werde ich mal ganz kurz testen. Jetzt nach Hause, ab zum Basketball und nachher, bitte bleib dran. Da geht es um das eigentliche Thema Ausrüstung, Halbmarathon. Also, bis gleich. Jetzt bin ich wieder ein kleiner Optimistischer Jan. So, es ist jetzt halb acht Uhr schon. Wir sind jetzt zu Hause. Das Basketballturnier war richtig gut, hat Spaß gemacht. Lilly ist fünfte geworden mit ihrer Mannschaft. Hier in der Berliner Meisterschaft von 16 Mannschaften. Hat richtig Spaß gemacht. Wir waren dann mit den anderen Eltern und mit den ganzen Kindern gerade noch bei Mexicana. Tacos essen. So, Halbmarathon, Ausrüstung, Schrägstrich, Verpflegung. Das ist Titel des Videos, kommt jetzt leider ganz am Ende. Aber wieder auf die Umstände die Woche haben sich halt irgendwie so ein bisschen anders ergeben. Also, ich fange mal an mit der Verpflegung. Ich greife mal hier rüber. Ich werde, so habe ich beschlossen, zum Frühstück und auf dem Weg zum Startziel so ein Drink-Max nehmen hier von Morten. Ich habe jetzt den 320er in der Hand. Ich werde aber den 160er nehmen. Also, den gibt es so dann im Laufe, wie gesagt, Frühstück, Weg zum Start, dass ich da ein bisschen was zu trinken habe. Das wird das. Dann nehme ich mir mit drei Gels. Ich habe mich am Ende dann doch für Morten entschieden. Warum? Ganz einfach. Das Zeug gibt es einfach auf der Strecke. Und es bekommt mir, ich kriege dadurch keine Magenprobleme und ist erstmal das Wichtigste. Ich werde ungefähr 20 Minuten vorm Start, werde ich so ein Koffein-Gel nehmen, habe ich beschlossen. Und dann, soweit ich mich erinnere, gibt es bei ungefähr Kilometer 5 so einen Morten-Drink-Mix auch und Wasser. Das werde ich auf jeden Fall nehmen. Ich muss mal gucken, ob ich dann den Drink-Mix nehme oder einen Gel bei Kilometer 6 ungefähr wollte ich es eigentlich machen. Wenn nicht, werde ich den Drink-Mix nehmen bei 5. Ich werde den Gel nehmen bei 10. Bei 14,5 gibt es glaube ich nochmal, ne da gibt es ein Gel, da werde ich dann ein Gel nehmen. Und bei 17,5 gibt es nochmal einen Morten-Drink-Mix, den werde ich nehmen. Zur Not habe ich noch ein Gel in Reserve. Das ist also mein Verpflegungsplan, das müsste passen. Damit sollte ich hinkommen. Dann komme ich auch schon direkt zur Ausrüstung, weil hier, was ich in der Hand halte, das Gel, das muss ja auch irgendwo hin. Mein großes Fragezeichen, und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich mich noch nicht entschieden. Moment. Jetzt das Ding hier. Das ist meine Salomon-Laufweste und ich bin noch nicht sicher, ob ich die nehme oder nicht. Warum will ich die nehmen? Wegen der Kamera. Ich nehme mir die GoPro mit und da ist es ganz angenehm, wenn ich das Ding hier oben verstauen kann. Dann kann ich hier natürlich auch noch ein Gel reinpacken oder was auch immer. Aber da habe ich noch ein großes Fragezeichen auf der Stirn meine Tendenz, im Moment das wegzulassen. Aber guck, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich dabei hier auch von Salomon, glaube ich, meinen Hüftgurt oder was es ist. Da wird auf jeden Fall vorne das Handy reinkommen. Da wird mein Schlüssel reinkommen, beziehungsweise meine Schlüsselkarte, denn ich schlapfe die Nacht vorher bei uns im Titanic-Caussee-Straße. Hier hinten auf jeden Fall zwei Akkus oder drei Akkus für die GoPro. Und dann habe ich hier hinten noch eine Tasche, da gucke ich mal, was ich reinmache. Da könnte ich zur Not auch vielleicht beim Laufen die Kamera hinten reinmachen. Das muss ich aber erst mal üben. Also das Ding auf jeden Fall. So, dann fangen wir mal an. Oben, ich bin kein Wetterfrosch, deshalb kann ich nicht sagen, wie wird das Wetter. Im Moment sagt so der Wetterbericht 8-9 Grad, glaube ich, Pi mal Daumen. Das weiß ich also noch nicht. Deshalb habe ich im Moment hier mir was Langärmeliges rausgesucht. Schwarz macht schlank. Deshalb schwarz, langärmlich, ganz normales Laufshirt. Sollte es zu kalt werden, werde ich dann noch was drunter ziehen. So ein Kompressionsding. Ob es am Ende hier dieses von dem Craft-Graner wird, weiß ich noch nicht genau. Aber auf jeden Fall in die Richtung geht es. Langärmlich. Hose habe ich mich jetzt dann doch für die hier entschieden. Von, wie heißt es? Safe Sky oder wie die heißt. Mit so einer, hier so eine 2-in-1-Hose. Das Gute ist nämlich, die hat hier an den Seiten so Taschen. Da kann ich die Gels reinpacken. Wenn ich mich gegen die Laufweste entscheide, kann ich hier auf jeden Fall die Gels unterbringen. Das ist praktisch. Die hat hier hinten auch noch eine Tasche. Da kann ich auch noch was reinpacken. Also die Hose wird es. So sieht es aus. Es sei denn, es wird jetzt wirklich ganz, ganz kalt, dass ich was langes anziehen muss. Will ich aber nicht. Also die Hose hier wird es. Was ist das hier für 5-inch-Hose oder wie das heißt? Meine Laufhose. Socken. Spannendes Thema. In Silence Socken sind das hier. Ultradünn heißen die. Ultralight oder so. Die ziehe ich auf jeden Fall an. Auch nur knöchelhohe. Ich mag nämlich eigentlich so mit kurzer Hose diese langen bis zur Waden reichenden Socken nicht so. Deshalb wären das meine Laufsocken. Ob es die Farbe wird, weiß ich noch nicht. Und auf jeden Fall natürlich hier meine Mütze ist klar. Mein Herzfrequenzbrustgurt ist auch klar. Mein Chip habe ich hier noch vom Triathlon. Der kommt um den Knöchel. Mein Zeitschip. Und das interessanteste Thema Schulstand jetzt. Und es ist noch nicht final, aber so gut wie. Es wird der Hoca Clifton 9, habe ich beschlossen. Weil die Zeit ist mir egal. Es soll am Ende bequem sein. Und ich will ja so bequem wie möglich ins Ziel kommen. Von daher wird es der Hoca Clifton 9. Super angenehmer Schuh. Sehr leicht. Ich habe genug Platz hier im Vorfußraum. Das ist glaube ich auch nicht ganz unwichtig beim Halbmarathon, wenn die Füße so ein bisschen anschwillen. Es gibt tolle Bilder im Kopf. Dann ist der hier super bequem. Also mit dem hatte ich noch gar keine Probleme. Also Stand jetzt wird es der Hoca Clifton 9 am Fuß. Jo, das war es glaube ich. Klar, Wechselsachen nehme ich auch mit. Das ist auch logisch. Eine Jacke und so weiter. Eine Regenjacke. Wie gesagt, wenn es regnet, klart sich auch eine Regenjacke an. Aber das ist eigentlich so, wofür ich mich jetzt entschieden habe. Vorausgesetzt, die Wade macht mit. Davon gehe ich jetzt aber mal aus. Ich werde morgen Montag irgendwie mal ganz leicht antesten, wie das Laufen so funktioniert. Ob ich was merke in der Wade. Ich merke im Moment schon deutlich eine Besserung. Der Rücken ist viel freier und so weiter. Ich glaube, der Chris, nochmal danke, hatte wirklich Großes vollbracht mal wieder. Tausend Dank dafür. Tausend Dank auch an euch, dass ihr wieder hier wart. Das ihr zu Ende geguckt habt. Hoffentlich einen kleinen Hinweis noch. Vorausgesetzt, ich laufe den Halbmarathon. Ich hatte das angekündigt in so einem kleinen YouTube-Video. Ob ich ein langes Video machen soll. Montag bis inklusive Sonntag. Oder ob ich machen soll, Montag bis Samstag. Und dann ein extra Video für den Renntag. Das Feedback war eindeutig. Und so werde ich es auch machen. Und zwar wird es so sein. Wenn alles normal läuft, gibt es ein Video. Montag bis inklusive Samstagabend. Sonntagabend. Da haben wir noch Sponsorenabend und so weiter. Ein bisschen Beheizung im Hotel. Und das Ding kommt dann wie gewohnt am Montagabend raus. Also Montag 18 Uhr kommt das Race Week Video sozusagen. Und dann das Rennvideo von Aufstehen, Frühstück im Hotel und so weiter und so fort. Das kommt dann extra. Und das kommt wahrscheinlich dann am Mittwoch oder am Donnerstag. Das weiß ich noch nicht. Mittwoch oder Donnerstag kommt dann auf jeden Fall das Rennvideo raus. Ja, also wisst ihr Bescheid. Nicht wundern. Die Mehrheit von euch hat es sich so gewünscht. Ich mir am Ende auch. Ach so, wollte ich noch sagen. Halbmarathonmesse. Ich werde Samstag auf der Halbmarathonmesse sein. Werde um 9 Uhr Punkt da sein. Werde dann mir meine Unterlagen abholen. Bei Markus und Janine. Die sind da Helfer. Und werde dann, ja, ich werde beim Ordner am Stand mal kurz vorbeigucken. Und ich werde bei Kraft auf jeden Fall mal sein, weil da eine Freundin von mir arbeitet. Also da werdet ihr mich finden so circa bis dreiviertel elf, elf in dem Dreh. Und dann muss ich nach Hause. Ich habe noch ein bisschen im Hotel zu tun. Und ja, also wer da ist, wer mich sieht, ruft, schreit, tretet mich, wie auch immer. Aber spricht mich gerne an, würde ich mich riesig freuen. Bleibt gesund. Denkt an die Frage der Woche. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, hier unten drücken. Toi, toi, toi. Auf eine gute, gesunde kommende Woche. Ich freue mich riesig auf euch. Bis dahin. Euer Schubert Zerr. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020